hallo liebe freunde heute zeigen wir euch mal die instanz kontaminierter garten in raiders der family and friends europäischen alpha version viel spaß da bin ich ja mal gespannt wie die wird ne naja mit zwei heilern durch das gehen denke ich mir auch ja Autsch. Kann man den schon backen? Danke. Uh, Wespen. Ihr rechtes was zum Anfängern. Ja. Was? Wo? Ja. Ah, da. Komm, mach mal. Ja. 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 Ja, interessant ist halt dieses... äh, Zielen halt, ne? Gegen die Dinger ganz ziemlich fies. Ziemlich schnell sind. Wie ist das eigentlich beim Heilen, musst du dann auf den jeweiligen Zielen, den du heilen willst? Ähm, ich hab auch das Video von Goblin-König hochgeladen. Achso. Äh, Golem. Ja, da verlinke ich das doch dann ganz einfach mal. Das ist von der anderen Seite von dir. Mhm. Interessiert bestimmt auch einige. Sehr gut, da verlinke ich das ganz einfach in dem Artikel dann. Ja, ich hab einfach nur... rein... Nein. Äh, geroutet. Aber dank der geballten Heilkraft passt das ja. Naja, es geht ja nix hoch und nix runter. Ups, ich hab mal was geadet. Aua. Ja, die Viecher sind schon ganz lustig, ne? Also ich find die am See eigentlich recht putzig. Das ist einer auch gestiegen. Du? Nein, eher... Pumpkin. Weiß gar nicht, wofür ich das noch brauche. Jetzt weiß ich es noch nicht. Auch nicht. So, einen von diesen Pflanzen brauch ich noch, dann hab ich die Quest auch fertig. Ich hab sogar eine Quest, da hab ich gedacht, die wär eigentlich hier. Die heißt, äh, Master of the Garden. Aber entscheidend ist die nicht hier. Ah, hier ist noch der... So, once it had been to make your way to Grey Village. Oh, so. Zeig eventuell mal die Map. Ja. Ah. Wie ich sehe, wir müssten hier komplett einmal im Kreis laufen. Uh. Was ist... Was kommt denn da auf uns zu? Ich seh es nicht. Ah doch da! ich habe noch nie gesehen zeigt euch gleich noch mal da seht ihr das es wird interessanter durchzukommen filmchen sammeln ich kann euch leider nicht retten jungs quest scheine ich noch nicht zu haben ah da ist erst mal der typ mist aber da siehst du halt wieder mal dass ein unterschied ist ja auch ein klerikerin die hat halt das andere seit an ja wie fliegt er durch die gegend mal gucken wie wir jetzt durchkommen geschafft es ist das erste boss oder was erst mal längst die wespe wo anscheinend machen hier diese blumen staubblüten hier auch schaden zwar nur ein prozent aber ja misty bleibt da mal stehen und dann warum mama let's get ready to rambo hat da ist noch was das will ich jetzt sammeln ich habe meine alle jetzt habe ich jetzt greife ich an ich habe es es ich 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 habe da was gekriegt gerade ich 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 zum heilen abschalten bodenziel was ich immer setzen muss deswegen fand ich lustig du bist immer weg gerannt ach die musste retten ja was ist das wie heißt die quest kannst du teilen rescue all college party dinge kann ich nicht teilen kannst du nicht ne du bist nicht dafür schade egal das gehen wir vor video sequenz was in der art cool jetzt aha der typ ist lustig genau wie die musik die er macht gmick er macht aber kein schaden über dich läuft da kommt es lieb ja 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 Ich habe ja gestern bei dem Stream, meine ich, verstanden zu haben, dass es wohl auch Pläne für Bögen und sowas gibt, ne? Sowas an der Art. Wie Bogen. Ja, weil irgendeiner fragte halt im Irk-Chat bei diesem Streaming-Event von Frogstar, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, halt Crossbows und sowas zu benutzen. Oder ob die halt später noch implementiert werden. Und natürlich konnte er nichts sagen, aber er meinte, der hätte schon irgendwelche Zeichnungen davon gesehen. Nüsste man mal den Producer fragen. Wie viele sagen da? Der ging ins Leere. Hey, ich war ausgewischen. Ja, wo sein? Äh. Hallo? Ach, der ist in die Wand verschwunden. Au. Der mag dich. Ich glaube auch. Aber ist ja auch Ziel des Ganzen, oder? Du bist kein Defender. Ja, ist doch egal. Ich denke, mit meiner Rüste dürfte ich doch mal mehr aushalten als ihr. Ich denke, mit meiner Rüste durch. Och, das war's. ja ist das ein hund ein dreckiger mana ist mir auch schon ausgegangen und ein jetzt nur nicht drehen ja das hat weh aber gleich schauen wir ja nein mein sieg haben wir da jetzt gekriegt kontinuierte gartenspezialitäten und ja kontinuierte gartenspezialität und nicht wirklich viel gekriegt aber nur eine wow rot was wäre es rot jetzt wir sind jetzt also hier akku da ist der eingang immer gespannt wie es hier weitergeht ouch ich warte ja hier haben wir eine so hat er jetzt ab ich lauf jetzt aber nicht hinterher er kommt wieder merkt dass das spiel aus korea kommt diese lichteffekte blitze und stecken epileptiker dürftest du bei dem spiel auch nicht sein oder da hinten gibt es in den kleinen auch so nett ich glaube wirklich die kleinen direkt mit oder nein das ist ja gut das hat aufgehört auch was händet vielleicht noch mindestens 20 werden haben sie was gesagt ob sie die charts weipen nein also jetzt erst mal für nach der family and friends weil da kommt ja denke ich mal dann patch ja es wird auch dank für das zweite glaube ich glaube so richtig ganz gut haben sie nicht müssten wir noch mal nachfragen also weil wenn sie nach dem ersten schwarze spätig dann mit spielen einfach mal was anderes essen oder wie der kläre im frauen ja ich denke mir ich werde mal tank probieren warte sie muss noch was sammeln ja hier ist ja auch nichts da ist ein hebel scheinlich für die tür dahinter auch ein netter grafikpack bei mir sie ist doch am sammeln ja da geht's weiter für sie noch sammeln ja aber man muss ja sagen also dafür dass es ja eigentlich eine alpha ist läuft das spieler recht rund läuft schon seit ein jahr in korea hat ja nichts zu bedeuten wird nicht geportet ok bin drin doch jetzt hat ein bisschen hat ein bisschen gedauert wo ist das so für ein viel das ist ein boss oder keine ahnung gehen wir mal hin war es hier schon drin ja ich bin aber nicht weit ich war nicht weit drin weil wir mitten in der nacht ich war nur kurz drin nachgeguckt das ist der master of the garden na super au ja bleibst du mal stehen nein au 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 das tut ja richtig weh ja 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 da kann sich selber heilen ja wir müssen sie hauen also ihn hauen und der heizt sich selber der drecksack ja und gemeiner wird ich mal auf schild heile ich halt weniger ein bisschen aber dafür halte ich mehr aus was auch ganz gut ist es hat die musik bei dem boss kämpfen also die gefällt mir immer wieder wobei ich höre kampfmusik passt ja nachdem jetzt brotste wieder in richtung mit glied tot hmm einfach draußen stehen bleiben entweder zu dir auch das heißt keine heilung das kommt wieder würde ich nicht machen warum oder du weißt nicht mal wo du rauskommst doch eingang war so in etwa die hälfte also bleibt am leben ich habe langsam keinen mana mehr ouch ja vergiftet ja wir haben fast wir haben fast na wie das viel zwei tippen hat der schwanz wie sich ein tor hast du denn nur 1 kann jetzt den großen moa bauen noch in koreanisch vertont ich glaube das war es war es ja nein jetzt kommt jetzt noch der nächste boss oh was ist denn da hinten so ein entdeckertrang ach hier geht es nicht weiter gut ok das war es das war es liebe Freunde anscheinend ja kurz aber schmerzlos es war ja auch die erste inni also kommt man nicht deal erwarten erwarten ich kaufe mir jetzt mein neues mount cool in der hinsicht wünsche ich euch ich hoffe wir konnten euch einen kleinen einblick geben in die instanz die instanz und ja wie sagen wir doch so schön zocken ist geil und rate comment and subscribe us in diesem in diesem sinne sage ich drakuhn tschüss und viel spaß noch abonniere 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 abonniere